Wer ist denn das? Entschuldigen Sie, ich bin Sandy Wexler. Können wir uns kurz unterhalten? Ich bin Manager. Sandy war keine große Nummer. Er war eine kleine Nummer. Aber er war unvergesslich. Sind die gut? Ich glaube, er war der König der falschen Lache. Ich habe ihn gefragt, wieso lachst du denn so falsch? Das ist Eddie Murphy, der ist wirklich witzig. Wo haben Sie denn den entdeckt? Wenn er auf einer Party aufgetaucht ist, hieß es immer, niemand hat den eingeladen. Hey Kumpel, weg da, verzieh dich. Wohin soll ich mich verziehen? Irgendwohin. Er hat sich wie ein Opa angezogen. Hatte die Tischmanieren eines Fans. Das nächste Mal kriegt er seinen eigenen Ketchup. Aber er war ein toller Manager. Du bist ein wahrer Wexler, Künstler. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wie schaffst du es nur, dich immer um jeden zu kümmern? Außer um dich selbst. Das ist meine Berufung. Einem Agenten geht's ums Geschäft. Einem Manager geht's um die Familie. Ich werde immer das tun, was für meine Klienten das Beste ist. Wenn ich Großes erreichen könnte, hätte ich's schon. Deswegen bin ich ja hier. Man kann Sternschnuppen nicht aufhalten. Das haben Wissenschaftler bewiesen. Machen wir uns an die Arbeit. Wieso ist das Licht aus? Er hat sich an den Schultern gelehnt. Gar nicht wahr. Was denn? Das war ich nicht. Das war schon sehr gut. Nochmal von Anfang. Bis bald.